hallo und recht herzlich willkommen auf meinem kanal ich bin der andy und heute geht es weiter mit uncharted 4 auf der suche nach unserem bruder sam der verschollen ist ich hoffe wir finden den in der folge so gehen wir mal hier runter ok jetzt hier hoch oder oder doch hier runter wahrscheinlich wird gleich der stein wegbrechen wenn ich da rauf springe wohin jetzt sagt er springen wir einfach mal hier rüber gut 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 ok da ging es raus ich glaube wir müssen eher da hoch das heißt hier ran springen so da werden wir wahrscheinlich nicht rüberkommen aber einen anderen weg sehe ich jetzt hier nicht probieren es einfach mal ok so was steht denn da geschrieben höhlmalereien nicht sehr bereutend ok hier geht es runter ich sehe aber noch keinen da ist eher ein punkt zum festhalten ok naja spring rüber komm ab und zu will er nicht so wie ich will sehr erfrischend untersuchen fernglas ok Ich glaube, dass bestimmt der Rave den Sam entführt hat. Oder halt Nadine, ein von der zwei. Ich hab jetzt irgendwo grad was aufleuchten sehen, irgendeinen Kletterpunkt. Ach ne, da muss ich zum Beispiel... Ah, hi. Ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlagsig, mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze? Willst du da hochklettern? In den Stiefeln? Oh, oh! Den brauchst du bestimmt nicht. Sie haben einen Kletterhaken aufgenommen. Nach einer porösen Oberfläche greifen und Viereck drücken, um den Kletterhaken hineinzustoßen. Ah, ok. Das geht. Na? Oh, hier wieder drüber. Ok. Schon verstanden? Ok. Okidoki. Ok. 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 Rüberspringen und die Kletterhaken reinballern. Okay. Sehr gut. Jetzt wird es hier drüben weitergehen. Ich schaue mir jetzt nochmal hier, ob hier irgendwas versteckt ist vielleicht. Irgendein Schatz oder sowas. Dann springen wir mal hier rüber. Ich glaube, wir müssen jetzt hier. Boah, ey. Wir haben immer eine Waffe, ey. Okay. Normal können wir uns in dem hohen Gras verstecken. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier rauf. Ich will eigentlich runterziehen, wenn er herkommt. Wenn er dann kommt. Oder muss ich hier... Muss ich hier entlang... Okay, wo sind die? Das ist auch kein hohes Gras. Ich muss hier schauen, wo die anderen Gegner stehen. Ich muss hier eine Kalt machen und dann auf einmal... Ah, der kommt hier schon. Okay. Okay. Okay, dann haben wir schon mal... Munition. Okay. Und da ist einer. Und da ist einer. Und da ist einer. Und da wird mir 25 Schuss nicht anfangen. Ich werde den leise killen. Leise, 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 leise. Okay. Das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. Eins, zwei... Da ist auch noch einer. Okay, der sieht mich jetzt nicht. Da dritt sich aber auch nicht um, der Hund, der... Ernsthaft? Willst du unsere Position verraten? Ich will hier nur etwas Kultur reinbringen. Ich behalte deine Kurve. Bitte. Bannausen! Bleiben alle bannausen! Ich sterbe gleich! Danke, Juno. Was ist das? So, ich sehe jetzt hier erstmal keinen. So, ich gehe mal hier hoch. Nein. Hätte er sich da nicht fest, Mensch. Da ist einer. Hier wird doch gerade eingesehen, Alter. Oh, ein Schuss. Oh, ein Schuss. Und jetzt alle wieder da, oder? es wird ein spaß es Das war's für heute. Nein Gott, das halten die dann aus. Nein, ich will hier nicht runter. Nein, ich will hier nicht. Okay, die erste Welle hätten wir geschafft. Und wie es denn hier weiter geht, schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Und genau, wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben oder auch ein Abo. Und ansonsten bis zur nächsten Folge.